Im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft gibt es ein paar Dinge, die man nicht mehr tun sollte. Oder macht man sich zu verrückt und darf sowas wie Fliegen und Kaffee trinken doch noch? Gute Frage, finde ich. Und ihr auch, denn viele von euch haben mir ganz viele Fragen geschickt, was noch erlaubt ist, wenn man schwanger werden möchte oder schon schwanger ist und auf was man eher verzichten sollte. In diesem Video möchte ich dir meine Erfahrungswerte mitgeben, denn ich habe als Kinderwunschexpertin in den letzten zwei Jahren über 500 Frauen auf ihrem Weg zur Schwangerschaft unterstützt und gebe diese Erfahrung aus dieser Zeit gerne an dich weiter. Ein Spitzenreiter war zum Beispiel die Frage, ob man noch Kaffee trinken darf. Und dazu, ich sage es dir, habe ich die Lösung gefunden. Mehr dazu erfährst du im letzten Punkt dieses Videos. Es gibt nämlich tatsächlich einige Punkte, die du beachten solltest. Deswegen stell bitte sicher, dass du dir auch alle anhörst, damit du auch alle berücksichtigen kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer 1, dem Fliegen. Das beschäftigt scheinbar nicht nur Frauen, die gerade schwanger geworden sind oder auch schon länger schwanger sind, sondern auch Frauen im Kinderwunsch. Vor allem bei Urlaubsreisen kommt die Frage, kann es auch negative Auswirkungen haben oder ist es in der Schwangerschaft vielleicht sogar gefährlich zu fliegen? Was ist eigentlich das Problem beim Fliegen? Als ich meinem Mann eben erzählt habe, dass ich ein Video dazu mache, dass es um Risikofaktoren beim Fliegen geht, hat er gleich gesagt, ah, das ist doch hier diese Szenen aus dem Film. Das hat man doch irgendwie in jedem dritten amerikanischen Film. Eine schwangere Frau fliegt und auf einmal passiert irgendwas und die Geburt geht los und es wird durch den ganzen Flieger gerufen, ist ein Arzt an Bord? Bitte schnell kommen, wir haben eine schwangere Frau. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist gar nicht das Hauptproblem. Das wird zwar in den Filmen so dargestellt, aber die eigentliche Sorge liegt ganz woanders. Und es gibt tatsächlich ein paar Themen, die man beachten muss beim Fliegen, wenn man im Kinderwunsch ist und dann die Zeit hat zwischen dem Eisprung und dem möglichen positiven Schwangerschaftstest, nämlich dem eigentlichen Zeitpunkt, wo die Periode einsetzt. Das ist ja so die Einlistungsphase. Diese Phase ist besonders wichtig für dein Baby, weil es hier ja sich einlistet und diese Zelle, diese befruchtete Eizelle, die teilt sich in dieser Zeit ganz oft. Und damit die das machen kann, braucht die ganz viele Nährstoffe. Und diese Nährstoffe werden über das Blut zu dieser Eizelle transportiert. In der Schwangerschaft ist das natürlich auch so, da ist das Baby dann schon ein bisschen größer. Und auch hier werden über das Blut die Nährstoffe zum Baby transportiert. Und ein Risikofaktor, bei dem das nicht mehr funktioniert, ist eine Thrombose, ein Blutgerinnsel. Da wird quasi das Blut so dick, dass das verstopft, die Adern verstopfen, die Arterien verstopfen und dann kommen die Nährstoffe nicht mehr zu der Zelle. So, und jetzt musst du dir vorstellen, die Gebärmutter oder auch der Weg zum Baby oder auch zur Eizelle, das sind super, super dünne Adern. Und wenn da natürlich ein Blutgerinnsel ist, ja, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem, das ist dann ein Risiko und eine Gefahr. Also das Thema kann zwar schon im Kinderwunsch ein Thema sein, ist vor allem in der Schwangerschaft aber ein Problem. Langes Sitzen kann das Risiko von diesem Blutgerinnsel erhöhen. Und dann wird eben die befruchtete Eizelle bzw. das Baby nicht mehr ausreichend versorgt. Bei Frauen mit Gerinnungsstörungen, also wo diese Blutgerinnsel, das Risiko für Blutgerinnsel höher ist, ist auch das Risiko beim Fliegen höher. Ich würde dann auf Thrombosestrümpfe setzen. Das habe ich zum Beispiel immer gemacht. Ich habe mir Thrombosestrümpfe gekauft und die angezogen während des Fluges. Und achte darauf, dass du regelmäßig aufstehst und ausreichend trinkst. Damit kannst du dann auch vermeiden, dass du dehydrierst, also austrocknest. Du brauchst einfach ausreichend Wasser für dein Wohlbefinden. Und auch hier Sauerstofftransport, Nährstofftransport ist natürlich, wenn ich viel Wasser trinke, auch besser. Und man hat weniger Kopfschmerzen. Also der Flug belastet einen grundsätzlich schon weniger. Was auch viele beschäftigt, ist die sogenannte Strahlenexposition. Also die Belastung mit kosmischen Strahlen beim Fliegen. Aber selbst bei häufigen Fliegen ist das eher ein geringes Problem. Also diese Strahlung, diese kosmische Strahlung hängt von der Flugdauer, Flughöhe und von der geografischen Lage ab. Und die ist zwar vorhanden, aber sehr gering. Unter anderem auch, weil moderne Flugzeuge über eine Abschirmung verfügen. Stress kann auch ein Thema sein. Aber ich finde, wenn man rechtzeitig am Flughafen ist und sich genügend zeitlichen Puffer einbaut, ist das Reisen vor allem in den Urlaub ja eher positiver Stress. Also ich stelle mir vor, ich möchte in den Urlaub fliegen, bin positiv aufgeregt und möchte möglichst Stress vermeiden. Dann schaue ich einfach, dass es so gut es geht, ich rechtzeitig da bin, genug zeitlichen Puffer habe und auch immer mal wieder Ruhepausen habe und auch vom Kopf her natürlich dafür sorge, dass ich eher entspannt in den Urlaub starte, so gut es eben geht. Ich persönlich würde das Pro und Contra zum Fliegen auch vom eigenen Wohlbefinden abhängig machen. Ist dir zum Beispiel in der Schwangerschaft eh schon sehr übel, kann das Fliegen zum Beispiel durch Druckveränderungen die Übelkeit noch verstärken. Wenn du damit übrigens zu kämpfen hast, mit der Übelkeit in der Schwangerschaft, dann schau dir mal das Video an, was dir jetzt gerade eingeblendet wird, weil da gebe ich dir alltagstaugliche Tipps, die dir helfen können. Was noch dazukommt beim Fliegen ist, wenn ich mit vielen Menschen auf engem Raum zusammenkomme, besteht noch das Risiko für Infektionen. Das ist natürlich höher. Langfristig solltest du darauf achten, dein Immunsystem zu stärken und der Ansteckung entsprechend vorzubeugen. Akut nutze ich zum Beispiel vor und während dem Flug gerne Aminosäuren, Vitamin C, Omega 3, um den Stress, der durch das Fliegen entstehen kann, besser auszugleichen. Das unterstützt die Zellen, diese Nährstoffe, die dem Stress ausgesetzt sind und dann regeneriert man schneller und man kann dann viel besser den Urlaub genießen. Also das kann ich dir echt empfehlen. Ich nutze zum Beispiel super gerne diese Nährstoffe, ich nehme die mit, auch im Flugzeug und nehme die halt eben auch danach. Ich nehme die von NextVital. Du findest einen Rabattcode, der lautet einfach LiveLoveBaby, auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Wenn du dir die also mal anschauen möchtest, dann mach das gerne. Ich habe die im Kinderwunsch genommen, in der Schwangerschaft und auch außerhalb vom Kinderwunsch. Einfach grundsätzlich sind das meine Basissupplements, deswegen guck sie gerne mal an. Abschließend, Fliegen ist nicht generell schädlich oder gefährlich im Kontext Hormongesundheit. Ich würde das vom eigenen Wohlbefinden abhängig machen und es auch vor allem in Relation setzen mit dem Mehrwert, der mit dem Fliegen in Verbindung steht. Zum Beispiel die Erholung im Urlaub ist natürlich total schön, wenn ich in Urlaub fahre, da entspannen kann, nochmal eine schöne Zeit genieße und dann auch total entspannt und entstressed zurückkomme, als jetzt der Stress auf diesem zeitlich begrenzten Flug. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein paar von euch haben mich gefragt, wie sieht das eigentlich aus mit bestimmten zum Beispiel Supplements oder Maßnahmenkuren, die die Entgiftung anregen? Weil manche von euch Bitterstoffe nehmen oder auch andere Supplements, die die Leber und oder die Entgiftung anregen, wie zum Beispiel Chlorella oder ähnliches. Jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden, Kinderwunsch und Schwangerschaft. Im Kinderwunsch kann das sehr, sehr sinnvoll sein. Um das mal kurz zu umreißen, das Thema Entgiftung ist im Kinderwunsch wichtig, weil Störfaktoren und Toxine, also Giftstoffe, nicht im Körper sein sollen. Die möchtest du loswerden, denn die stören deine Fruchtbarkeitshormone. Deswegen kann es im Kinderwunsch eben auch wichtig sein, weniger Giftstoffe zu sich zu nehmen, Giftstoffe besser auszuleiten, eine bessere Hormonbalance zu haben und damit eine höhere Fruchtbarkeit. Das ist jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Aber bitte, ganz wichtig, nicht einfach eine Entgiftung machen auf eigene Faust, dabei kann nämlich auch richtig viel schief gehen. Macht das bitte zusammen mit einem Therapeuten. Ich mache das in den Coachings zum Beispiel nach einem bestimmten Konzept, um das Ganze hormonfreundlich umzusetzen und die Fruchtbarkeit einfach maximal zu unterstützen. Also ja, im Kinderwunsch kann man zum Beispiel nach einem solchen Konzept in Absprache mit eurem Therapeuten zum Beispiel Bitterstoffe auch weiternehmen. Du solltest dich sogar um deine Darmgesundheit kümmern. Wenn du wissen möchtest, Darmgesundheit ist das ein Thema für mich, dann empfehle ich dir, dich unten in die Liste einzutragen, weil dann bekommst du ganz automatisch einen kostenfreien Fragebogen zu deiner Darmgesundheit und kannst dann entsprechend selber einschätzen, ist das Thema Darmgesundheit ein Thema, um das ich mich jetzt kümmern sollte, um damit eben meine Fruchtbarkeit zu unterstützen. In der Schwangerschaft sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wenn wir hier die Entgiftung anregen, kann das sogar gefährlich für dein Baby werden. Wir entgiften nämlich auch über die Gebärmutter und dann bekommt das Baby diese Toxine, diese Giftstoffe direkt ab. Das meiste davon ist nämlich Plazentagängig und wir entgiften über die Gebärmutter. Und deswegen empfehle ich dir in der Schwangerschaft auf Bitterstoffe, auf Liver Support, Chlorella oder hohe Dosierungen von zum Beispiel Vitamin B6 oder Vitamin B5 zu verzichten. Um herauszufinden, welche Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft Sinn machen, empfehle ich dir übrigens den Endlich-Schwanger-Kurs. Den habe ich nämlich extra dafür aufgenommen, damit du alle Informationen, die du hier brauchst, gesammelt zusammen hast und direkt umsetzen kannst, auch zum Thema Ernährung beispielsweise. Und welche Blutwerte wichtig sind, die sonst in der Regel nicht abgenommen werden. Den Link zum Kurs findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt ist auch die Frage, was darf ich denn so an Kosmetikbehandlung, Haare färben, Nägel machen, was kann ich da noch machen und sollte ich das besser lassen? Wir sprechen in beiden Fällen, also sowohl im Kinderwunsch als auch in der Schwangerschaft in diesem Kontext, ja über Farbe oder auch Chemie, die eingesetzt wird. Also wenn ich mir die Haare färbe, ist das Chemie auf den Haaren und Nagellack ist Chemie auf den Fingernägeln. Und diese Chemie nennt man auch Endokrine-Disruptoren. Das sind Stoffe, die deine Hormone negativ beeinflussen, die die Hormone und deine Zellen vor allem schädigen können. Und wenn wir über Fruchtbarkeit, Kinderwunsch und Schwangerschaft sprechen, sprechen wir auch immer über Hormone. Da kommen wir an diesem Thema einfach nicht vorbei. Und deswegen kann man schon mal darüber nachdenken, sollte ich das wirklich machen oder sollte ich das besser lassen? Also mal ganz praktische Tipps. Beim Haare färben, wenn du das machen möchtest, dann würde ich Methoden wählen, bei denen deine Kopfhaut nicht mit eingefärbt wird sozusagen. Es gibt ja Methoden, wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Haare färbe, dann wird das ja hier schon an der Kopfhaut, am Ansatz gemacht. Und dann ist eben vor allem, wenn ich Ansätze nachfärbe, das Risiko viel höher, dass das über die Haut auf meinem Kopf auch in den Körper eindringt und dann meine Zellen schädigt. Das ist übrigens nicht nur lokal, diese Schädigung, sondern das geht dann durch den Stoffwechsel durch den ganzen Körper. Das heißt, das ist eher negativ. Das heißt, ich würde etwas wählen, wo nur zum Beispiel die Längen gefärbt werden. Zum Beispiel bei der Balayage-Methode. Das sind verschiedene Strähnchen, die aber nicht an der Kopfhaut ansetzen, sondern später im Haar. So ähnlich, wie ich das jetzt habe, das ist ja auch etwas weiter unten. Und da kommt die Kopfhaut, da kommt keine Farbe dran. So, natürlich kannst du auch deinen Friseur fragen, weil die waschen ja die Haare auch. Was nutzt der denn für Shampoo? Was nutzt der denn für Farbe? Gibt es da irgendwas, was zumindest mal weniger schädlich ist, als die klassische Chemie, die da so verwendet wird? Das kannst du natürlich jederzeit tun. Aber das wäre, naja, so ein Kompromiss. Dann beim Thema Nagellack. Ich nutze da ganz gerne, ja, so einen nachhaltigen Nagellack. Es gibt zum Beispiel die Marke Gitti. Die werben damit, dass deren Nagellack ja gesund ist sozusagen und bestimmte Stoffe nicht da drin sind, die schädigen können. Ich habe jetzt letztens bei einer Coaching-Kollegin gelesen und gehört bei Instagram, dass auch Bio-Nagellack, hätte ich beinahe gesagt, oder so nachhaltiger Nagellack auch schädlich sein kann. Insbesondere, wenn mein Körper ein Problem hat mit der Entgiftung. Also denk an den Darmfragebogen, den du dir machen kannst. Unten der Link ist in der Videobeschreibung. Um überhaupt erstmal rauszufinden, habe ich ein Problem mit der Entgiftung. So, und davon würde ich das abhängig machen. Ein Erfahrungsbericht jetzt von mir. Ich habe in der Schwangerschaft einfach darauf verzichtet. Im Kinderwunsch habe ich die Haare zumindest färben lassen. Balayage habe ich gemacht, eben ohne die Kopfhaut mit Farbe einzumassieren. Meine Nägel habe ich mit der Marke eben gemacht, die ich eben genannt habe. Mit Gitti. Und in der Schwangerschaft habe ich aber komplett darauf verzichtet. Also sobald ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich meine Haare nicht gefärbt. Und ich habe auch keinen Nagellack mehr genommen. Also da würde ich das einfach davon abhängig machen. Wie gut kann ich entgiften? Also ist meine Darmgesundheit gut aufgebaut? Was für Alternativen gibt es zu den klassischen Stoffen? Gibt es da irgendwas Nachhaltiges, was meinen Körper nicht so belasten soll? Oder verzichte ich drauf? Ich finde, die drei Optionen gibt es. So, kommen wir zum Hot Topic im wahrsten Sinne des Wortes Kaffee. Darf ich noch Kaffee trinken? Und wenn ja, wie viel? Und das betrifft jetzt sowohl den Kinderwunsch als auch die Schwangerschaft. Ja, und ich habe da echt die Lösung, finde ich, gefunden. Und die gebe ich dir natürlich gleich noch mit. Erstmal, was ist überhaupt das größte Problem bei Kaffee? Das ist Koffein. Ja, Koffein ist das größte Problem und was die größten Auswirkungen hat beim Kaffee. Nachteile von zu viel Koffein im Kinderwunsch sind, Koffein ist wie eine Droge mit Gewöhnungseffekt. Das alleine ist ja schon mal echt mies. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst Kaffee, um wach zu bleiben, hast du schon diesen Drogeneffekt mit Gewöhnungseffekt. Da würde ich schon drüber nachdenken, okay, ich brauche die Alternative, die Melissa gleich sagt, weil dann haben wir schon ein Thema. Was Koffein auch machen kann, ist PMS-Symptome und Endometriose-Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen, verstärken. Ja, daher würde ich, wenn du das hast, etwa sieben Tage vor Einsätzen der Periode gar kein Koffein mehr trinken. Ich gebe dir auch gleich die gute Alternative, falls du trotzdem nicht auf Kaffee verzichten möchtest in dieser Zeit, aber Koffein würde ich weglassen. Weiterer Effekt, trinkst du Kaffee am Nachmittag oder am Abend, kann eher deinen Schlaf stören. Manchmal, wenn man das so gewohnt ist oder immer nachmittags Kaffee trinkt, merkt man das erst gar nicht, wenn man denkt, ah nee, bei mir kein Problem. Aber wenn du es mal weglässt, dann merkst du meistens den Unterschied. Deine Hormongesundheit und damit deine Fruchtbarkeit hängt maßgeblich von deiner Erholung im Schlaf ab. Hört sich basic an, ist aber richtig wichtig und auch super wirksam. Wenn dein Schlaf besser wird, hat das eine positive Wirkung auf deine Hormone und deine Fruchtbarkeit. Das heißt, nachmittags abends am besten kein Koffein mehr trinken. Das ist schon mal besser für deinen Schlaf. Wenn du dich oft gestresst fühlst oder unter starken Stimmungsschwankungen leidest, auch zum Beispiel zwischen Eisprung und Periode, dann empfehle ich dir komplett auf Koffein aus Kaffee oder Tee zu verzichten. Übrigens auch in sehr dunkler Schokolade ist Koffein drin, immer Hinterkopfverhalten, weil Koffein dann das dahinterliegende Hormon Ungleichgewicht, was hinter diesen Stimmungsschwankungen steckt und diesem Stressgefühl noch mehr verstärken kann. Also wie gesagt, Stimmungsschwankungen, starkes Stressgefühl, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du bist eigentlich müde, so körperlich, aber du hast so eine innere Unruhe, Gedankenkreisen etc. Koffein weglassen, das kann das Ganze noch schlimmer machen. So und nochmal, wenn du Kaffee brauchst, um wach zu bleiben, dann hast du ein anderes Thema. Das schreit im Grunde nach einem Hormon Ungleichgewicht und das kann eben auch wiederum deine Fruchtbarkeit einschränken. Und um mehr darüber zu erfahren, was denn dahinter steckt, dieses Hormon Ungleichgewicht und was man da machen kann, abonnier den Kanal. Weil dazu gibt es Videos, auch in Zukunft noch. Kommen wir zu der Frage, was ist denn mit Kaffee in der Schwangerschaft? Darf ich denn da noch was trinken? Ja, nein. Was ist erstmal das Problem mit Koffeinkonsum in der Schwangerschaft? Wenn du Kaffee oder Tee mit Koffein trinkst, wenn du schwanger bist, ist der Koffeingehalt im Blut deines Babys genauso hoch wie in deinem Blut. Das muss man sich überlegen, die sind ja auch viel kleiner. Als wir jetzt, als Erwachsene. Deinem Baby fehlt zudem auch noch das Enzym, das deinem Erwachsenenorganismus dabei hilft, das Koffein zu verstoffwechseln. Das heißt, der Koffeingehalt bleibt hoch beim Baby und das Baby wird total unruhig. Und ich weiß nicht, ob du schon mal die Situation hattest, als du zu viel Kaffee getrunken hast oder zu viel Koffein. Denn ich habe das auf jeden Fall schon gehabt und ich kriege da einen wirklich kalten Schweiß, Herzrasen, Unruhe und stelle dir das für dein Baby vor. Nicht so schön. Möchte ich nicht für mein Kind. Deswegen lasse ich das besser weg, vor allem, wenn ich selber auch schon das Gefühl habe, dass diese Wirkung auf mich, dass das bei mir zutrifft. Laut Studien wirkt sich der Koffeinkonsum auch auf die Größe des Babys aus. Das finde ich total erstaunlich. Im Vergleich zu Babys, deren Mütter kein Koffein in der Schwangerschaft getrunken haben, sind die Babys kleiner, wenn sie im Mutterleib Koffein abbekommen haben. Also auch im Alter noch. Wenn die drei, vier sind, sind die kleiner als Gleichaltrige, die in der Schwangerschaft kein Koffein abbekommen haben. Und das finde ich schon irgendwie einen krassen Einfluss. In der Schwangerschaft kam bei mir der Effekt noch stärker dazu, dass ich total Herzrasen von Kaffee bekommen habe. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Als könnte ich gar nicht richtig atmen. Das Herz hat, der Puls ist so schnell geworden. Wie gesagt, kalter Schweiß, richtig unangenehm. Und das, obwohl ich nur eine halbe Tasse Kaffee am Morgen getrunken habe. Aber wirklich war danach die zwei Stunden nicht zu gebrauchen. Das lag vielleicht auch darin, dass man in der Spätschwangerschaft das Koffein noch langsamer in der Leber abbaut. Und die Wirkung des Koffeins auch beim Baby zum Beispiel länger aufrechterhalten bleibt. Also, das war der Moment, als ich das gemerkt habe. Ich habe dann irgendwann kapiert, dass es mit dem Kaffee zusammenhängt, mein Gefühl. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Alternative. Und dann habe ich die Lösung gefunden. Es gibt nämlich von No Coffee eine Schwangerschaftsbox, in dem Kaffee drin ist, der entkoffiniert ist und zwar mit Wasser, das heißt schonend. Und es ist kein Koffein drin und der schmeckt nach Kaffee. Ich meine, wie genial ist das? Ich habe mir das auf jeden Fall direkt bestellt und meinem Mann direkt diese Box, wo es darum geht, dass du sukzessive von dem Kaffeekonsum quasi runterkommst, indem du Kaffee trinkst, der immer weniger Koffein enthält. Hey, genial. Ich finde es super. Aber ich habe das dann ab dem Zeitpunkt nur noch getrunken und ich bin auch dran geblieben, weil dieses Gefühl von zu viel Koffein, ich wollte es einfach nicht mehr haben. Und ich finde, der Kaffee schmeckt wie normaler Kaffee. Das heißt, ich trinke den immer noch und nutze den auch immer noch und mache das total gerne. Denn selbst wenn man dann mal am Nachmittag einen Kaffee trinken möchte, kann man das tun, weil kein Koffein drin ist und ich kann ihn in der Schwangerschaft weitertrinken. Also ich habe im Kinderwunsch einen positiven Effekt, dass ich diese negativen Auswirkungen von Koffein gar nicht mehr habe und trotzdem Kaffee trinken kann. Und in der Schwangerschaft habe ich den Effekt, dass auch mein Baby das ganze Koffein nicht abbekommt und ich trotzdem den Geschmack von Kaffee habe. Und vor allem den Geruch, ich liebe einfach den Geruch von Kaffee, finde ich das Beste. Ja, also schau es dir gerne mal an. Ich habe dir das unten verlinkt, weil ich so überzeugt davon bin. Wie gesagt, ich trinke das immer noch und dann habe ich mir gedacht, ach komm, für euch wäre das doch vielleicht auch eine Lösung. Deswegen habe ich euch einen Rabattcode organisiert. Ja, den blende ich euch jetzt hier mal ein und der ist unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Klickt drauf, probiert es mal aus. Es gibt auch so Probierboxen, probiert es einfach mal, weil vielleicht ist das auch für euch die Lösung, wenn ihr auf Koffein verzichten möchtet, aber nicht auf den Kaffeegeschmack und Kaffeegeruch. So, ich habe ganz, ganz viele Fragen bekommen von euch. Melissa, was darf ich noch, was darf ich nicht? Deswegen ist das hier gerade Teil 2 des Videos gewesen. In Teil 1 sprechen wir darüber, wie viel Sport du machen kannst, was du dabei beachten solltest, ob ein bisschen Alkohol okay ist und ob Schwimmen und in die Sauna gehen schädlich sind. Und das passende Video dazu habe ich dir hier verlinkt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schaust dir auch an und dann, denke ich, hast du einen guten Überblick, was du machen kannst, worauf du verzichten solltest und was du vielleicht so anpassen kannst, dass es zu dir passt. Ich freue mich riesig, dass du dir das Video bis hierher angeschaut hast und ich freue mich auch, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut! 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 Mach's gut!